Hallo, grüß Gott, mein Name ist Christa Eichner-Metzner. Ich bin seit 1990 selbstständige Friseurmeisterin. Corona-Krise hat uns auch erwischt, nicht unerheblich, aber wir werden daran arbeiten, dass wir alles geregelt kriegen und irgendwann wirklich zur Normalität wieder zurückfinden. Ich biete an Volumenhaarteile am Oberkopf, ich habe eine Krankenkassenzulassung und was mir ganz besonders am Herzen liegt, ich mache Hochzeitservice und da gehe ich auch nach Hause. Ich habe mich da spezialisiert drauf und es ist eine wunderbare Dienstleistung, die ich sehr gerne den zukünftigen Brautpaaren anbiete. Also ich bin seit 2016 mit WIE-Partner bei der Firma WIE und finde das System ein sehr erfolgreiches System für uns Händler, für die Kunden. Was mir besonders gefällt ist, dass Offline-Handel und unsere kleinen Händler wie Friseure, Bäcker, Metzger daran teilhaben können und dass die Karten in jedem Geschäft gültig sind. Der Kunde hat eine Karte, er bekommt überall Cashback, bei jedem WIE-Händler und das finde ich genial.